Neben finanziellen Aspekten hilft auch zwischenmenschliche Unterstützung den Betroffenen unmittelbar im Alltag. Für konkrete Ansätze steht ihnen vielfältige Beratung zur Seite. In vielen Fällen ist bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf der Faktorzeit eine der größten Herausforderungen. Hier kann mit Unterstützung durch personelle Hilfe sehr viel bewirkt werden. Betriebsinterne Unterstützung in Form von Arbeitsteilung, kürzeren und flexiblen Arbeitszeiten. Möglichkeiten zur Kinderbetreuung im Unternehmen oder Maßnahmen zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter spielen hier eine große Rolle. Nicht-finanzielle Maßnahmen können eine deutliche Verbesserung für den Mitarbeiter und seine Familie bedeuten. Zahlreiche Beratungsstellen befassen sich mit dem Thema Familienfreundlichkeit. Dort bekommen sie wertvolle Hilfe von Experten zu verschiedenen Szenarien. Schö couleur- und Safierregłę Untertitel 2017 Wie geht es weiter? Kurium rag